So hallo und herzlich willkommen. Wir setzen jetzt hier nahtlos fort. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Oh, holy shit. Zurück! Ich warne euch! Bleibt dort weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen, Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff, die Schreie, Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Alles okay. Alles gut. Wir sind tot. Wir sind tot. Er ist durchgetät. Oh, das sind überall welche. Es ist vorbei. Du bist sicher. Das nimmt kein gutes Ende, Leute. Wir gehören nicht hierher. Alles okay jetzt? Wir sind tot. Wir sind tot. Wenn die Finger halb so schlimm sind, wie er sagt. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir sind tot. Wir sind tot. Ich kann das einfach nicht. Sie sind überall. Alles okay jetzt? Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Ich versuche es aufmerksam. Ich kann das nicht. 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 Schlechte Idee. Zielperson am Boden. Ganz schlechte Idee. Das war ein gepanzerter Typ. Das war ein gepanzerter Typ. Ich kann das nicht. Hey, etwas mehr schützt, ja? Der Eingriff. Die Schreie. Schnauchen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Oh, das war nicht so. Ich habeisin Hassel verletzt. ich muss das von dort hinten angehen ein nach dem anderen verstärkung ist unterwegs da waren nur sehr hilfreich etwas mehr rücksicht ja der angriff die schreie es ist vorbei du bist sicher alles ist alles gut sie sind überall alles ok jetzt wir sind wow bist du da aber da kommt man nicht mal weg im einen den 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 Ganz ruhig. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Alles okay. Alles gut. Alles okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Es wäre mir da. Alles auf den Kopf. Wir haben bis unten. Auf hier. Mann am Boden. Mann am Boden. Keine Orte. Du bist allein. Was kannst du schon ausrichten? Ziel in Sicht. Sieh wieder Orte Zugriff. Position unter Beschuss. Zieh mich zurück. Ich habe noch jemanden erwischt. Vor der Sklo. Ankunft in Kürze. Anger in Sicht. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Oh shit. Was sind das für Kreaturen? Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. wait. Ich bin mir dran. Oh shit. Ah. Ah, was da? Daaa! Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt. Von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witt sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Oh. Dafür hab ich nicht genug Platz. Okay. 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 Okay, okay. Excuse me. Okay. 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 Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Okay, Tiere sind da jetzt nicht wirklich mehr. Ohpala. Ohpala. Nee, ich fand, hab ihn hier kommen, oder? Nein, doch nicht. Das machen wir. Das ist auch lämmend. Das ist auch lämmend. Das ist auch lämmend. Das ist auch lämmend. So, sind da Upgrades möglich? Nein. Das ist auch lämmend. 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 Das ist lämmend. Das ist lämmend. Das ist auch lämmend. Das ist auch lämmend. Das ist auch lämmend. Das ist lämmend. Hey, habt ihr schon reingesehen wir haben auf dich gewartet was wir da wohl finden auf dem bild waren prüfungen abgebildet ich kenne einen anderen weg okay ich gehe vor wir treffen uns dann dort ja das machen wir das nächste mal die prüfung des jagers wird das nächste mal ablissen ich bin der fangemer macht's das gut bis dahin ciao und papa